ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk 3.2.3. Helmer Magikamp für Maria Schmarrn. Thomas Hinderheit für den FC Räderstadt. Viel zu weit. Hallo, der ist geschießt, danke mal. Für Gigs und auch Köln für den Zehnklassern. 4 zu 4. Ich hoffe, wir werden da immer wieder stark rein. Über 18, Jonas Reinbold. Tor bei Erkulofsbremst für den FC Nassau. Tor bei Erkulofsbremst für den FC Nassau. Tor bei Erkulofsbremst für den FC Nassau. Schießt. Schießt. Erkulofsbremst für den FC Nassau. Und das hier in der Manja Schwammlein. Vielen Dank.